Die Gridbox ist das zentrale Steuerelement eines modernen Energiemanagementsystems. Sie wird direkt im Haus eingebaut mit Strom und Internet verbunden und übernimmt die Steuerung aller Energieflüsse vor Ort. Schnell, stabil und auch bei Internetausfall. So stellt sie sicher, dass Photovoltaik, Batterie, Wärmepumpe und Wallbox effizient zusammenarbeiten, ohne zusätzlichen Aufwand für dich oder deine Kundinnen und Kunden. Die Gridbox reagiert in unter 100 Millisekunden. So können alle Energieanlagen in Echtzeit gesteuert werden. Das ist wichtig, zum Beispiel um Stromkosten zu senken, Netzüberlastungen zu vermeiden oder E-Autos günstig zu laden. Komplizierte Abstimmung wird somit vermieden, da das System intelligente Entscheidungen automatisch übernimmt. Selbst wenn die Internetverbindung unterbrochen ist oder die Cloud eines Geräteherstellers nicht erreichbar ist, die Gridbox arbeitet weiter und sorgt für Datensicherheit. Dank internem Speicher und stabiler Direktverbindung läuft die Eigenverbrauchsoptimierung bis zu zehn Tagen offline weiter. Das schafft Sicherheit und verhindert Energieverluste. Durch § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes und § 9 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist in vielen Fällen eine lokale Steuerungspflicht vorgeschrieben. Die Gridbox erfüllt alle technischen Voraussetzungen, damit deine Kundinnen und Kunden gesetzeskonform bleiben, auch bei künftigen Vorgaben. Viele Endkundinnen und Kunden wollen etwas in der Hand haben. Die Gridbox ist sichtbar und fest im Haus installiert. Das schafft Vertrauen und hilft dir beim Verkauf. Einmal verbaut, bleiben Kundinnen und Kunden der Marke oft treu und du hast die Chance auf weitere Dienstleistungen und Zusatzverkäufe. Die Energieanlagen in Haushalten werden immer vielfältiger. Mit der Gridbox lassen sich verschiedene Geräte auch von unterschiedlichen Herstellern in einem System bündeln und steuern. So bist du bereit für mehrere kombinierte Geräte, PV plus Batterie plus Wallbox plus Wärmepumpe, netzstabilisierende Steuerung, zum Beispiel gemäß § 14a und Marktanbindung, zum Beispiel Optimierung nach schwankenden Energiepreisen am Intraday-Markt. Die Gridbox ist in unter 10 Minuten eingebaut. An Strom und Router anschließen, Geräte einscannen, fertig. Kein Relais nötig, kein Einbau im Zählerschrank. Der Einrichtungsassistent führt dich Schritt für Schritt durch. Mit der Gridbox bietest du deinen Kundinnen und Kunden ein sicheres, zukunftsfähiges und einfach zu installierendes Energiemanagement, das du jederzeit erweitern kannst. Abonniere unseren YouTube-Kanal für Installateure mit Tipps, Einblicken und Praxiswissen rund um HEMS.